So, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost Freakern. Natürlich wieder mit mir, dem Colt und ich würde es gern zeigen, aber so weit dreht sich mein Maschinengewärter nicht. Der Saber Rider fliegt leider vorne. Ja, immer die Verämpfer, Verdächtigen hier. Ja, immer dieselben, immer der selbe Personal hier. Ja, wir sind auf dem Weg, ein paar neue Informationen zu sammeln, um natürlich die Produktion weiterhin zu stoppen. Ach, Bolivien stinkt doch. Na, na. In der letzten Folge haben wir die Kokainfabrik gut hingeholfen, sodass wir jetzt dem Kartell etwas an Drogen genommen haben. Ja, ich weiß. Soll ich mal schießen? Nein. Das Problem ist, wir dürfen eh nicht so hoch fliegen, weil wenn die Raketenstellung sind, haben wir gleich Raketen am Arsch. Ich spring aus. So, da unten haben wir schon. Und steht schon der nächste Heli wieder. Na, ist doch schön. Will ich oben auf dem Berg bleiben, oder was machen wir? Ja, lande mal hier irgendwo, wenn du das hinkriegst. Das können wir erstmal ein bisschen auskundschaften. Lass mal alles, wenn du das hinkriegst. Ja, das sieht jetzt schon wieder böse aus, was du hier vorhörst. War butterweich. Ja. Genau. Weil du auch noch deswegen in der Luft stehst, oder was? Äh. Ja, sicher. Das Heck ist geparkt. Hinten haben wir aufgesetzt. Ja. Leck mich fett. Wer so parkt, der darf kein Auto fahren. So, alles super. Da oben im Turm ist schon mal einer drin. Mann, 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 Mann. Sind da zwei drin? Das wo? Da oben im Turm. Siehst du den linken? Ja, warte. Ich fliege da gerade mit der Drohne rum. Ich meine ja nur. Da unten sehe ich. Reichweite ist noch nicht so hoch. Stromgenerator. Also von hier aus... Also bestimmt, bei welchem Haus du nicht pennen. Und im Kleinhaus ist schon einer drin. Da ist auch ein Nachschubkist wieder drin. Also hier. Das war's mit ihm. Ich fange schon mal an, ne? Ein bisschen auszudänen. Ja, mach man. Na, haben wir noch einen? Ja, ich versuche ja gerade da so ein bisschen hinzukommen. Komm, Madrid, halt. Da ist auch noch einer drin. Oder? Oh, den hast du schon gekillt. Okay. Ich bin ja... Ich bin ja von der schnellen Sorte. Den Sniper sehe ich leider nicht. Da ist ja einer drin, wo du schon noch welche drauf, oder? Ne. Also auf dem einen Turm hier vorne ist noch einer hier. Da sitzt ja der Sniper. Hast du beide auf den anderen Turm weggemacht? Na sicher. Junge, meinst du, ich bin langsam? Pass auf, da kommt Unidat. Unidat. Die dürfen uns hier eben nicht sehen. Die wissen, dass wir hier sind, vorsichtig. Sagt, der Schafschütze? Ja. Guck raus. Ist weg. Da habe ich nicht gesehen, okay. Unidat, pass auf. Ich glaube, die haben angehalten, da kommt auch... Ach du Scheiße. Ja, hier steht das Auto. Vielleicht fahren sie ja weiter. Die fahren weiter. Ja, sieht gut aus. Ne, die haben angehalten. Die Verstärkung haben angehalten, ja. Ach zu, das ist von rechts. Hä? Ne, ist klar. Hauptsache, die haben das Mörse... Ich wollte gerade sagen, die haben den Mörse überlebt. Also hier aus dem Haus, da wo die Informationen drin sind, hat vorhin auch einer rausgeschossen. Oh, und wie gesagt, hier sind die über uns? Ja, den kommen wieder welche. Ja, den habe ich. Ja, dann sind dann im Haus. Da kommen sie. Eier. Eier. Oh, jetzt zog sie sich gerade weg. Ja, ich habe ne. Links war noch einer. Da. Ja, rechts war noch einer. Ja, den habe ich. Das ist noch einer. Oh Gott, ich muss nachladen. Das ist hier da unten. Ja, den habe ich. Gut, dann lass uns mal weiter runtergehen. Gut, wir sind fertig hier drauf und dann weiter sind die schlammig. Ganz wohl abgerollt. Sieht so aus, als würden wir es alle weg gemacht hätten. Ja, haben wir auch. Ich gehe rechts rum. So, wir kommen da jetzt rein. Rechts rum. Ah, hier geht es auch. Mach ich erstmal den Generator wieder aus. Ja, mach mal. Generator aus. Ich hecke schon mal. Hier liegen irgendwo noch Sachen. Ach, hier. Hier bei mir ein Nachschub. Ja, ich habe ja auch Nachschub. Funk aus Rüstung. Was ist noch immer noch Information, ne? Hier ist auch, ja, ja. Hier sind noch Punkte. Ganz oben ist das, ganz oben. Ja. Hier sind noch Dokumente. Schnachschub. Ja, den habe ich schon. Punkte. Sehr gut. Hä? Dokumente habe ich doch schon bei dir. Ne. Hä? Da war ich doch schon, oder bin ich blöd. Was denn? Mir werden immer noch Dokumente angezeigt bei dir hier oben. Ach, hier, da. Da sind die Dokumente. Ja, ja, ja. Ich habe nur den Computer gehackt und dachte, das wäre es gewesen. Wie weit ist denn das, Flag? 502. Lass nochmal eben, schau mal, fern was raus holen. Bleib nicht einschubsen. Sie hat sich entschieden. Komm schon. Oh, okay. Dann gehen wir jetzt erst mal... Fuck. Storyeinsatz geht ja immer auch weiter. Okay. Würde ich sagen, immer zum Bonusorten. Der ist am nächsten dran. Ich habe es nahe dran mit 960 Metern. Hubschrauber? Nee, hier vorne ist auch noch was. Da ist auch noch ein Nachschub bei mir. So dunkel hier. Nachschub. Unidad Heli. Ja. Nichts mehr? Alles klar. Hier ist nur ein Motorrad, scheiße. Ich habe jetzt auch gelaufen. Du hast das Motorrad und fahr schon mal vor, dass das steht. Ja, du nimmst ein Heli wahrscheinlich, ne? Ich komme mit dem Auto in der Gefangenheit. Achso. Alter, was ist das für ein Gemüsemuffer hier, ey? Ja, leck mich. Kein Wunder, dass du es nicht nehmen wolltest. Alter, was ist das für ein... Das ist für ein Zwiebelhobel hier, ey. Leck mich, am Arsch. Wie macht man noch einen Wheelie? Ach, Steuerung. Ach, Steuerung. Bäm, 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 Bäm. Bäm. Oh, ach du Scheiße. Da haben gerade Zivilisten geschrien. Ach du Scheiße. Bäm. Ach du Scheiße. Anhalten, 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 anhalten. Hast du nicht gesagt, du wolltest mal mit dem Auto kommen? Ja, ich bin doch hier hinten. Das ist aber ein LKW, kein Auto. Das war ganz, dass was da war. Mann, Mann. Wollt ihr mir so einen Zwiebelhobel hier geben? Man, nicht so kleinlich. Und der feine Herr kommt ja mit dem LKW in den Donut. Ich wollte ein bisschen bequemer. Na, da machen wir noch welche. Da und da. Zivilist. Zivilist. Da oben. Ja, ist noch nicht klar. Nee, der hat so viel Zeit. Der macht schon Liegestütze. Ist klar. Ja, hier oben auf dem Dach. Nicht mehr lange. Nee, ich schieße gleich ein Loch in den Arsch. Das können Sie glauben. Hier haben wir auch eine Liegestütze. Wollt ihr mich alle verarschen? Ich sehe da noch gar keinen von. Ich auch nicht. Da kann ich nachts sich damit ausmachen. Ich sehe auch keinen einzigen. So. Doch da hinten sehe ich jetzt ein. Das ist ein Treffer. Den anderen da hinten sehe ich leider nicht. Aber hier oben. Oh, oh, oh. Oben bei mir im Haus sind drei Stück drin. Ja, den habe ich auch. Von der Straße nach weg. Ihn habe ich auch. Ihn habe ich auch. Links von dir sind noch welche, ne? Ja, ich habe ja bei mir überhaupt nur welche. Ich komme. Ihr Leuten hat versucht zu fliehen. Ach, du bist das. Wie sollst du mein Spiel verlassen? Keine Ahnung. Jetzt bin ich umgefallen. Das ist ja klasse. Na, ich komme mal wieder bei dir rein. Das wäre auch sehr schick. Jetzt kriege ich dir hart auf die Fresse. Alter. Ich komme mal ein paar Splittergranate an. Ach, das war der Heli. So, ich komme wieder dazu. Ich kann auch, warum er mich jetzt rausgeschmissen hat. Ich habe meine Kollegahs dabei. Bist du denn? Du wurdest mir schon angezeigt, dass du beigetreten bist. Ja, ich bin noch im Ladebildschirm. Jetzt bin ich da. Oh, war aber weit weg. Jo, ich habe hier schon mal alles gesäubert. Doch, hast du alles gesäubert. Ja, ich habe aus Versehen den Leutnant erschossen. Maaan. Ich habe den jetzt angeschossen. Hat er sich hingeknieden, da habe ich leider weiter draufgeschossen. Und dann bin ich aus dem Spiel geflogen. Das Spiel mochte das nicht. Ne, ich glaube auch. Hauptsache, ich sehe da immer noch eine Drohne. Das wird mir als feindlich angezeigt. Ich höre auch eine. Wie geil ist das denn? Das wird mir die Drohne als feindlich angezeigt. Also sehen tue ich sie nicht. Ich höre sie nur. Sie ist auf der Markierung auf eurer Karte nicht? Nö. Fahre wir jetzt hin. Weißt du nicht, was wollten wir jetzt machen? Da hin fahren wir. Wohin? Du musst du annehmen. Ich habe dir was. Ich habe das Schiffslabor. Kannst du das nicht annehmen? Ach so, Storyeinsatz. Richtig. Dann, 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 dann. Eine kranke Musik, ey. Ist das Radio aus? Ja, ja. Ich habe bei mir jetzt nicht kein Radio gehört. Warte mal, hier geradeaus ist irgendwo was? Oder sind das Rebellen? Irgendwas wird da unten angezeigt. Grün. Das ist nur noch unsere Rebellen. Ja, klar. Da ist aber auch Nachschub, glaube ich. Ne, das sind... Ne, doch, ich hast recht. Aber wir müssen jetzt mit dem Boot rüber. Ja. Oh, Entschuldigung. Meilzeit. Meilzeit, ich habe gar nicht gegessen. Habe ich hinten so... Was ist denn nicht... Hier hinten ist doch was. Guck mal. Ja, lass uns direkt das Boot nehmen, was da steht. Ich muss mal die Muni auffüllen, glaube ich. Bin sofort wieder da. Ne, Muni habe ich auch gefüllt. So. Kommst du? Ja, ja, ich will... Ich schwimme. Ich bin quasi schon im Boot. Das wird doch gar nicht wahr. Doch, jetzt. Jetzt kannst du losfahren. Dann sitze ich hier vorne auf meinem Drehboot. Oh Gott. Mach mal die Drohne raus und guck mal. Warte, ich mach mal die Drohne raus. Ja, hier ist ganz viel. Da ist einer ein Scharfschütze. Da ist was, was... Hier ist... ...warte, hier ist auch einer. Warte mal, warte mal, warte mal, bleibt da stehen, bleibt da stehen. Nicht, dass er uns sieht. Ja, dann würde ich uns sowieso schon sehen, weil ich sehe den mir auch ganz klar. Warte. Jetzt ist er weg. Fahr wieder zurück. Dann holen wir die anderen auf dem, die hier vorne sind. Aber du musst dich mal drehen. Ich sehe, ich kann so nicht weit mich rumdrehen. Ja, so bleibt, so bleibt, so bleibt. Irgendwann siehst du zwei Sniper. Ja. Warte, weil du einen läuft da rum, ne? Ja. Ja. Das war's mit ihm. Alles okay, alles okay. Den anderen sehe ich nicht. Also der andere... Guck mal, rechts an dem Steg. Ich glaube, da lief gerade auch einer rum. Die andere ist hier... Ne, hier ist keiner. Doch, da ist einer. Da ist noch einer. Wir fahren mal um die Insel rum. Da kommen welche. Da ist noch einer. Weil ich komme mit der Drohne mit. Also der Berg ist jetzt soweit sauber. Guck mal da vorne, wo das Boot steht von denen. Ja, ja. Von der Fläche an den Land gehen können. Ja, hier oben ist einer bei dem Heli. Da sehe ich einen. Oder oben? Ne, hier oben ist noch einer. Da ist noch einer. Scharfschützung. Ja, der sieht uns auch gleich. Hallo? Der sieht uns nicht mehr. Da oben war noch einer. Da musst du aufpassen. Ja, ich springe ins Wasser. Ja, moin. Bei dem Heli stand auch noch einer. Okay. Aber ich glaube, von hier haben wir dann eine viel, viel bessere Schussposition. Ja, das ist fähig. Da war aber einer. Da sehe ich den Sniper da oben. Ich hole auch mal die Drohnen raus. Ja, der Sniper ist auch weg. Da ist auch noch einer. Der hockt da. Da ist auch noch einer. Oh, da ist ja noch ein Sniper. Da war noch zwei. Okay. Ja, wir haben die Wunden. Den Sniper oben, geradeaus. Den habe ich verfehlt. Ja, ich habe ihn. Ja, gut. Beim Heli kommt, glaube ich, auch noch hoch. Ach, du Scheiße. Ja, sind wieder alarmiert. Also, wir sind es ja nicht mehr. Hola, putas. Warum treffe ich den hier nicht? Ja, ist klar. Hinter uns ist auch noch einer, ne? Wir würden sagen, das war es schon. Ach so, Scheiße. Ich glaube, hinter uns ist da irgendwo einer. Ja, hinter uns war einer auf dem Berg irgendwo. Erledigen wir die Sache schnell. Wir gehen an Bord, zerstören das Labor und ziehen wieder ab. Ich bin schon beim Schiff. Ja, dann machst du die Story-Dinge jetzt. Mal weiter. Mal hinten. Mal jetzt auch. Ich hole mir erstmal Muni. Was haben wir denn hier Schönes? Schick, schick. Das Gas strömt aus. Jetzt fehlt nur noch der Funke. Wie das manische Teufel. Hier, ich mache mal ein bisschen C4. Genau. Und jetzt raus hier. Warte, ich mache gerade den Funke. Ach so. Ich dachte, wir müssen das Ding in die Luft jahren. Ne, ne, da ist irgendwo einer. Ja, da ist einer. Angeschossen habe ich noch schon. Ja, jetzt ist er weg. Da kommt eine Muni. Ach, in acht Sekunden explodiert das Boot. Ja. Das gucke ich mir an. Das wollen wir ja alle sehen. Jo, das sieht doch nicht so schlecht aus. Naja, ich hätte mehr erwartet. Jo, eigentlich schon. Ja, und mit dieser schönen Explosion, würde ich sagen, endet die diesige Folge. Die, was? Die diesige Folge? Die jetzige Folge. So. Alter. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Adieu. Tschö. Tschüss.